hey leute herzlich willkommen hier auf custom ricks willkommen zurück schön dass ihr wieder dabei seid heute wird es eigentlich relativ interessant heute geht es um das performance und temperatur test oder um den performance und temperatur test vom aktuellen pinnt projekt pinnt heißt das heißt der bild das ist quasi mein erstes casecon also ich habe das gehäuse für das für den ganzen pc bild komplett selber entworfen gerade die teile dann anfertigen lassen und hab dann den pc aufgebaut und ja das ist auch alles relativ glatt gegangen ja die zeit hat natürlich lange gedauert weil wir viel auf teile gewartet haben und so weiter es auch ein paar komplikationen mit dem zulieferer der teile gab was die zeit anbelangt wie lange das ganze gedauert hat und ja würde ich sagen wir starten jetzt einfach mal hier es gibt ein paar änderungen die der besitzer von dem gehäuse von dem bild gewählt hat und ich das natürlich jetzt dann umgesetzt habe im nachhinein aber was das genau ist das zeige ich euch jetzt im detail so ja ihr könnt es ja hier schon sehen das evda darkboard ist nicht mehr da jetzt ist natürlich das problem das ganze passt jetzt natürlich eigentlich überhaupt nicht mehr zum namen ja oder zum design halt auch generell weil das mainboard schon auch design technisch wirklich wirklich echt gut reingepasst hat er reingepasst hat das x299 dark ja was ist jetzt hier drin hier ist eigentlich was richtig geiles drin jetzt und zwar ist hier ein asus rampage extreme n core drin ja das ist wirklich ein krasses mainboard das ist extrem gut im overclocking das ist extrem gut für ram overclocking auch cpu overclocking dann halt die möglichkeit mit dem dimx2 slot hier deine m2 ssd wirklich richtig schnell anzubinden ja technisch gesehen hat wifi an bord was natürlich das dark nicht hatte das technisch gesehen auf alle fälle die bessere wahl wir haben jetzt hier auch er hat auch gleichzeitig dann gewählt den hitkiller hier ist ein black copper hitkiller in der black copper edition also vernickelt schwarz unterbriniert wie auch immer der ist auf alle fälle her geschichtet das kupfer ist komplett aus metall also komplett aus kupfer der kühler bodenplatte nickel geschichtet ja was gibt es da sonst zu sagen noch arbeitsspeicher ist jetzt hier team group t force extreme 4500 megahertz drauf ist etwas übertrieben weil ich habe es nicht geschafft jetzt in den in den sagen wir mal alltagssettings hier sage ich mal 4200 megahertz oder so stabil zum laufen zu bekommen ich denke ich würde mit ein bisschen feintuning rüchte hinkriegen aber die laufen jetzt hier von 32 gigabyte laufen jetzt hier auf 4000 megahertz ihr seht nachher an dem benchmark dass das system ordentlich datendurchsatz im speicher durchdrückt das ist echt nicht ohne ja und dann habe ich noch eine sache also ich habe nur festgestellt ich habe das auf meiner facebook seite veröffentlicht dass dieser 8 pin eps stecker jetzt hier vom mainboard dass dort ein pc express stecker auch wenn die pins von der form her anders aussehen trotzdem perfekt reinpasst sprich man hat auch eine perfekte verbindung da geht saugend rein die kontakte passen super und das im prinzip der 6 pin eps hier dann einfach nur umgepinnt werden muss hinten am netzteil ausgang da müssen die 12 volt und die masse müssen getauscht werden von oben nach unten und dann ist das laut mainboard manuell richtig dass dann hier die 12 volt und die masse halt anliegen ich habe das ganze dran gesteckt ja und was ist passiert das mainboard startet nicht wenn man den 6 pin eps anschließt startet das mainboard nicht wie das zusammenhängt das weiß ich nicht ich habe auch schon jemanden gefragt der auch jemand von asus kontaktiert hat um da mal herauszufinden was das ganze mit diesem 6 pin eps auf sich hat weil man braucht ihn eigentlich nicht also ja ich bin ein bisschen überfordert damit vielleicht ist es irgendwas für asus kommende netzteil reihe vielleicht ist er gar nicht freigeschalten irgendwie interne mainboard dass wenn da was verbunden ist das mainboard halt nicht startet ja wir lassen uns überraschen das wird schon irgendwann noch rauskommen warum das nicht funktioniert deswegen der stecker hier vom 6 pin eps erstmal beiseite so leute genug gequatsch ich würde sagen wir legen jetzt los mit dem benchmark ich habe da ein paar standard benchmarks vorbereitet fire strike times by aida 64 cash and memory benchmark cinebench single core benches und so weiter und so fort und natürlich auch ja ein bisschen gaming also bei mir ist immer battlefield 5 weil ich wirklich einfach nicht so viel spiel hat csgo bräuchte nicht laufen lassen das ist jeder dass das hier wahrscheinlich 1000 fps läuft aber wir gucken uns natürlich beim gabbing dann die temperaturen an und wie ihr das jetzt schon hört ist das ganze ja ziemlich leise und ich kann schon mal sagen dass das ganze auch nicht lauter wird als das sondern die lüfter die chromax hier sind alles fendex fendex sei schon noctua chromax black die laufen alle auf 670 umdrehungen und mehr brauchen wir hier nicht wir haben jetzt hier eine wassertemperatur und ja unter last schauen wir uns natürlich die temperatur auch an wie warm das ganze jetzt hier wirkt laut wird es auf alle fälle nicht darüber bin ich sehr froh darüber wird der besitzer auch sehr froh sein dass man den wirklich auch wenn er so mächtig ist und so viel performance hat kann man da natürlich trotzdem gemütlich auch ohne kopfhörer am rechner sitzen und arbeiten fast vergessen bevor ich jetzt lust lege mit den benchmarks die ihr sicherlich alle sehen wollt ich habe noch gar nicht gesagt was hier überhaupt jetzt das ganze was hier überhaupt drin ist und vor allem wie schnell das läuft das mache ich jetzt im schnelldurchlauf hier ist drin ein 9 9 9 8 0 x e also 9 9 9 9 9 8 x e cpu 18 kerne 36 threads ist getaktet auf 4,8 gigahertz auf allen kernen und das für 24 7 alltagstauglich mit 1,22 1,23 volt knapp ja wird super gekühlt dann haben wir hier tiefos extreme 8 pack edition jetzt in dem fall 4500 megahertz CL 18 laufen auf 4000 megahertz CL 18 performen super dann haben wir natürlich hier die rtx 20 80 ti von evga die kingpin mit dem kingpin hydro copper block die karte läuft im 24 7 betrieb auf zucker 2150 megahertz auf dem gpu core und 2000 megahertz auf dem speicher mit den standard spannungen ich glaube die spannung geht hoch bis 1,16 volt ungefähr auf der gpu ja völlig okay und das ganze hat natürlich auch noch ssds und so weiter ja hier sind zwei m2 ssds zwei samsung 960 pro glaube ich drauf 2 x 512 gigabyte die werden dann später im raid 0 laufen denke ich hinten haben wir noch zwei hyper x fury ssds und eine 12 terabyte ich habe es glatt vergessen seagate seagate platte ich glaube eine barracuda pro 12 terabyte barracuda pro ist noch hinten drin und das ganze wird befeuert von einem 1300 watt sesonic prime platinum netzteil und verkabelt ist das ganze jetzt hier in dem fall mit cable mod kabeln ich muss mal zu den cable mod kabeln jetzt einfach sagen auch wenn ich jetzt supportet werde von cable mod kann man trotzdem kritik anbringen die kabel sind im ganzen nicht schlecht ich finde sie persönlich aber zu teuer muss ich ganz ehrlich sagen das ist jetzt die pro version und die coms die rutschen hier drauf rum wie auf eine eisbahn das finde ich nicht okay die kommen sind einfach zu groß das macht das ganze halt schwierig die kommt überhaupt an der richtige stelle zu halten weil ich den nicht verrutschen so genug gemeckert ab geht's mit dem benchmark viel spaß so wir starten mit dem benchmark vorab ein paar informationen noch ich habe das ganze hier gebannt mit einem aktuellen windows 10 also mit allen updates aktuellste version weil mit einem älteren bild zum beispiel 803 kann man ja einige punkte mehr erreichen zum beispiel im firestrike darauf habe ich jetzt hier verzichtet ht ist an also alle 36 threads laufen mit man kann zum beispiel auch ohne ht im firestrike mehr punkte im combined und im cpu score erreichen das habe ich jetzt darauf habe ich jetzt hier verzichtet sondern ich habe das system wirklich so getestet wie es im alltag laufen soll und wir starten jetzt hier direkt mit dem 3d mark firestrike ja der klassiker 32.000 punkte im gesamtscore ein gpu score von 38.000 punkten ein physics score von 33.000 punkten und ein combined score von 14.000 punkten das ist ein wirklich sehr gutes ergebnis ihr seht jetzt hier unten zum beispiel den precision precision x1 da seht ihr die taktraten die eingestellt sind bei der gpu und insgesamt reicht das für knapp 2150 mhz auf der gpu und 2000 mhz auf dem speicher gpu z liest zwar 2190 mhz aus das ist aber nicht ganz korrekt das seht ihr wenn ihr auf den link zum firestrike benchmark klickt der ist nämlich in den video in der video beschreibung mit drin wow das ist gar nicht schlecht fast 10.000 punkte im firestrike ultra stehen hier zu buche graphics score 9380 punkte physics score auch wieder diese 33.200 punkte weil der test der gleiche ist wie beim normalen firestrike und im combine score 5370 punkte und wir rutschen direkt zum times bei rüber und wie ihr seht geht sie auch richtig ab über 16.000 punkte im times bei allein der grafik score fast mit 17.000 punkten 16.727 punkten und der cpu score hier bei 14.456 punkten im times bei extreme erreicht das system ungefähr die hälfte der punkte wie im normalen times bei wir haben jetzt hier ein grafik score von 7.900 punkten knapp ein cpu score von 11.300 punkten das ganze reicht dann für 8.269 punkte gesamt bei times bei extreme es geht direkt weiter hier mit dem cinebench r15 single und multi core benchmark hier sehen wir im single core erreicht erreicht der prozessor hier 212 punkte das ist fast auf dem niveau eines 9100k und wirklich nicht schlecht im multi core kann natürlich die cpu ordentlich aufdrehen und wir erreichen hier 4657 punkte mit diesen 4,8 ghz auf allen kernen ja ein wirklich sehr gutes und zu frühstellendes ergebnis da darf natürlich auch das cinebench r20 nicht fehlen hier im single core score 495 punkte da hängt die cpu etwas hinterher hinter einem 9900k zum beispiel was die jetzt aber definitiv im multi core rausreißen wird im cinebench r20 multi core test macht die cpu richtig alarm und bläst sie einfach mal 11.030 punkte raus was wirklich ziemlich gut ist für die 18 kerne und ja was dem hohen takt natürlich auch zugute kommt deswegen hier multi core test wirklich ein sehr gutes ergebnis im cinebench r20 ja mit cinebench r20 gönnt sich alleine die cpu 600 watt aus der steckdose das ist echt beachtlich ja da geht einiges eigentlich waren 650 watt aber ich weiß dass das dass die grafik hatte ja im desktop betrieb 50 watt zieht und deswegen konnte ich ungefähr abschätzen dass bei den 655 656 watt dort allein die cpu 600 watt zieht ja AIDA64 beliebt für seinen cache memory benchmark um den durchsatz vom arbeitsspeicher hier mal zu testen das ganze spielt natürlich zusammen mit cpu speed und natürlich arbeitsspeicher geschwindigkeit und timings und wie ihr hier seht ja drückt das ganze hier 116 gigabyte im lesen über 100 gigabyte pro sekunde im schreiben und im kopieren auch über 100 gigabyte pro sekunde durch die latenzen sind auch völlig in ordnung für cl 18 20 20 ja timings und ich würde sagen das ist ein wirklich sehr gutes ergebnis ja dann kommt noch der beliebte geekbench der auch bei vielen übertaktern sehr beliebt ist und im hw board auch geführt wird unter punkte zu erreichen ja hier haben wir einen single core score von 6160 punkten und einen multi core score von 65536 punkten ja ihr könnt aus spaß ja euch einfach mal den geekbench 4 und geekbench 5 auf euer system laden und mal den cpu benchmark laufen lassen um da mal vergleiche zu haben zu diesem system hier geekbench 5 die neueste version vom geekbench hier drückt die cpu im single core score 1344 punkte und im multi core score 19.018 punkte das ist wirklich auch ein sehr gutes ergebnis wie gesagt ladet euch mal runter und lasst mal laufen den cpu benchmark um im vergleich zu haben zu eurem system um dann mal abschätzen zu können wie viel mehr das ganze hier performt wie verhält sich das ganze jetzt hier mit der lautstärke ja während battlefield lief vorhin habe ich mal die lautstärke gemessen 35,8 35,7 db a bei 600 umdrehungen 617 umdrehungen auf dem lüftern und zum vergleich hämmere ich mal auf meiner mechanischen tastatur um ein bisschen und dass ihr mal ungefähr abschätzen könnt wie leise das system ist wenn es auf dem tisch steht ein ziemlich ordentliches ergebnis wie sieht das aus mit der leistungsaufnahme vom gesamtsystem beim zocken und zwar habe ich das auch mal getestet wie ihr jetzt hier seht so 630 watt gönnt sich das system sind auch teilweise mehr drin also 650 660 watt habe ich auch schon gesehen während ich battlefield gezockt habe habe ich das ganze mal aufgenommen und mal geschaut wie stromverbrauchmäßig das ganze aussieht so wie verhält sich das mit den temperaturen wie ihr hier seht haben wir temperaturen ich habe zu dem zeitpunkt ungefähr eine stunde battlefield gespielt die wassertemperatur lag ungefähr bei knapp unter 30 grad 29,5 29,6 grad und wir haben jetzt hier eine temperatur von 45 46 grad auf der gpu und die cpu chillt easy bei 55 60 65 grad die ich dort ab und zu mal sehe ja und die ist halt völlig entspannt hier würde ich sagen weil mich interessieren im endeffekt nicht die maximaltemperaturen die ich im cinebench r20 erreiche sondern einfach nur ja die temperaturen im alltagsbetrieb zum beispiel beim gaming wofür auch dieser rechner mit hauptsächlich benutzt werden soll es ist ein bisschen übertrieben mit den 18 kernen da nur von gaming zu sprechen aber ich denke auch der besitzer wird das ein oder andere video damit rendern ja wie ihr seht die temperaturen völlig grünen bereich und ja super zufriedenstellen mit dem ganzen system so und jetzt haben wir hier ein paar im game aufnahmen aus battlefield 5 wo wir sehr schön sehen wie hoch die fps wirklich sind das habe ich natürlich auch getestet battlefield 5 mit rtx aus und rtx an ja mit rtx auf habe ich dort im schnitt max fps 201 mehr ging nicht mehr ist nicht drin bei battlefield und im durchschnitt 143 fps auf wqhd ultra settings was wirklich sehr gut ist mit rtx on ja sieht das ganze natürlich ganz anders aus und zwar halbieren sich dort die fps wir haben hier eine max fps von 127 und im durchschnitt 77 ich muss dazu sagen ich spüre auf einem 165 herz monitor und für mich ist das mit rtx on und den einbrüchen bis auf 77 fps und weniger eigentlich nicht spielbar ja was heißt nicht spielbar nicht spielbar ist es nicht es ist schon spielbar aber man gewöhnt sich mit der zeit dran ich zum beispiel als cs go competitive spieler spiele halt mit hohen fps und mit einer hohen bildwiederholrate und man gewöhnt sich halt dort sehr dran und für einen sieht das wirklich bei 165 herz und 70 fps sieht das bild wirklich nicht flüssig aus das war's dann hier von dem system von dem sag ich mal sehr extremen system ihr seid sicherlich genauso war was das also durchdrückt wie ich es auf alle fälle ja sage ich mal kein so alltägliches system auch für mich nicht dass man dass man da was mal bauen darf ja da bin ich auch sehr froh darüber dass ich das bauen dürfte und dass das vertrauen auch an mich gesteckt wurde dass ich das kann weil es wie gesagt mein erstes case kommt war so dann hoffe ich das video dass es euch gefallen hat ich hoffe dass ihr beim nächsten mal wieder dabei seid lasst so ein abo da oder wie das immer heißt abonniert mich einfach wenn ihr aktuell auf dem aktuellen stand bleiben wollt was so an videos kommt von mir ich stelle ab und zu mal was hoch nicht so regelmäßig wie andere youtuber aber ich versuche auf alle fälle was hoch zu laden und würde sagen damit verabschiede ich mich bis zum nächsten mal hier auf kastenwix und sagen einfach mal ciao leute